Ich bin in Verbindung mit Wasser. Bring dem Kleinen mal ein bisschen Wasser. Das würde ich lieber nicht tun, Sheriff. Büro des Sheriffs. Ja, ich bin's. Was? Oh nein. Ja, ja, sicher, sicher. Wir schauen gleich vorbei. Was ist passiert? Die Fatomans. Er hat was erzählt von einem Schneepflug und einem Horrorunfall. Das sind diese Kreaturen. Ach, die Kreaturen. Ich hätte hier aber so inszeniert, dass es wie ein Unfall aussieht, Sheriff. Sheriff, hören Sie doch mal zu. Du wirst zuhören, Kleiner. Geh jetzt heim. Nimm den kleinen Gizmo mit. Und dann setzt du dich vor den Kamin und wickelst deine Weihnachtsgeschenke aus, okay? Sei brav, Junge. Lass mich fahren. Nein, du bist getrunken. Na, fährst du. Weil ich der Sheriff bin, du Arme. Kopeke, Kopeke, Schluss damit, du böses Kätzchen. Ich werde dir ja wohl ein schönes Kätzchen beinhalten.